Hier ein weiteres Beispiel in der Haute-Couture-Klasse, die wir hier mit Körperdesign, Körperformen beschreiben. Die Anzeichnung zeigt gerade, welche die rote Linie zeigt, wie die Taille aussehen soll. Natürlich ist hier auch besondere Wichtigkeit vorgegeben, dass die natürlichen Linien erhalten sind und im Endeffekt sieht man, wo verstecktes Fett vorhanden ist und natürlich nachdem das Fett entfernt wird, wird das große Problem sein, dass die Haut straff ist. Deswegen wird hier mit einem speziellen Gerät gearbeitet, das ist das VESA HD und hier haben wir natürlich neben dem VESA HD eine Spezialisierung, die wir auch hier patentieren lassen und auf unseren Namen auch weiterentwickelt haben. Das ist das VESA HD Intense und damit kann man natürlich einen unglaublichen Effekt erzeugen und ich glaube, die Patientin hat schon bereits Ergebnisse von uns gesehen und möchte genau diese Pro-Design, Pro-Formung auch mithaben, wo man dann im Endeffekt eine Körperform hat, wie sie sich das auch vorstellt. Dazu gehören natürlich auch die seitlichen Taillen, die seitlichen Flanken, aber auch hier in der Po-Region die wichtigen Accessoires, damit es in den Rücken ziehend eine sehr natürliche Form wiedergeben kann, das bis zum Po ziehend und dann das Fett, was sich hier an der Steißbein-Region festhält, muss natürlich auch entfernt werden und dann die beiden Punkte designt werden, damit der Rücken entzückend aussieht und genau so werden wir es auch planen und die Patientin freut sich darauf, wir ebenfalls und freuen uns, euch bald die Ergebnisse zeigen zu dürfen.